Hier, nur einmal noch lächeln. Zu mir, zu mir, so ist gut. Nochmal, okay? Und jetzt einmal über die Schulter, bitte. Hier, hier, ich, ich, krieg ich noch ein bisschen Bewegung. Männergebell, anmaßend. Scheißegal, was der Fernsehhampel denkt. Hauptsache, der guckt ins Objektiv und bloß nicht wackeln und Augen auf, verdammt. Sekunde noch, zu mir, bitte, hierher. Wenn Simon Minkoff nach dem Inbild seines Berufs gefragt wurde, beschrieb er die Fotografenwand. In voller Pracht war sie nur bei den zwei oder drei wirklich großen Galas des Landes zu sehen. Wenn sich zu viele Zeitungen, Zeitschriften, Agenturen und Internetportale akkreditiert hatten, ließ die Eventagentur Podeste bauen und stapelte die Fotografen einfach in die Höhe. Eine gleißende Wand entstand so, durchpulst wie ein Körperorgan. Adrenalin, Ambition, Sorge, Verzweiflung, die Wand schrie, befahl, flirtete, bat manchmal sogar um Gnade. Kalkuliert nur, aber immerhin. Die Fotografenwand war die Overtüre zur großen Oper des Medienzeitalters. Angeschwollene Limousinen gehörten dazu. Licht, Licht, Licht und eine kreischende Fanlandschaft. Das Herzstück aber bildete der rote Teppich. Kein Zauber ohne ihn, keine Wandlung vom Menschen zum Star. Wer ein Glanz geworden ist, darf profanen Boden nicht mehr berühren. Der rote Teppich liegt nicht auf dem Asphalt, er schwebt. Man kann von ihm herunterfallen. Daher die Angst der Unerfahrenen und der ewig Unsicheren. Das Herausgehobensein stellt banalste Dinge in Frage. Wie geht das Gehen? Wie setzt man einen Fuß vor den anderen? Welche Muskeln müssen stimuliert werden, damit ein telegenes Lächeln entsteht? Simon war mit dem Taxi gekommen. Seine Agentur hatte ihm keine genauen Instruktionen gegeben, also lotste er den Fahrer zum Hintereingang des Theaters. Erfahrungsgemäß waren dort die Organisatoren zu finden. Er bezahlte, gab ein Autogramm für die kleine Verena und stieg fünf Stufen in das schmucklose Vestibül hinab. Von der Stuckorgie der Fassade war hier nichts mehr übrig. Ausrangierte Scheinwerfer aus Stativen versuchten müde, dem Raum etwas Nostalgie einzuhauchen. In der Mitte aufgereihte Stehtische, dürftig mit Nessel verkleidet und nach Alphabet geordnet. Darauf Kartons mit Einladungslisten, Platzkarten, Einladungen zur Aftershow-Party und vielen, vielen bunten Bändchen. Die Plastik-Handschellen waren die Währung des Abends, ermöglichten je nach Farbe den Zugang zu diversen geschlossenen Bereichen bis hin zur Königsklasse der VIP-VIP-Lounge. Galas waren weiblich, regiert von einer besonderen Spezies, der PR-Frau. Blond, stimmstark, einen Knopf im Ohr und ein limonadiges Lächeln unter der Nase, das beleidigend rasant verschwinden konnte. Hungrige Assistentinnen in Schwarz beugten sich über eng bedruckte Listen, während ihre arrivierteren Kolleginnen die eintreffenden Gäste bespielten. Obwohl die meisten brav anstanden, schien es im Raum zu wuseln. Ein akustisches Wuseln. Versыл High-Party Vielen Dank.